Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es mal um meine Thematik gehen, wo ich jetzt gerade ein Hörbuch höre, wo ich aber auch schon ein paar Bücher drüber gelesen habe und wo ich glaube, das ist eine ganz wichtige Thematik für das Thema Erfolg mit Frauen, für das Thema Mann sein, Mann werdung. Und deswegen soll es hier heute um Aggression und aggressives Grenzen setzen gehen. Und ich habe festgestellt, und das habe ich auch bei mir selbst festgestellt, dadurch, dass ich unter einer Mama aufgewachsen bin, meine Mutter war einfach alleinerziehend, einen großen Einfluss zu meinem Vater habe ich nicht mitbekommen, habe ich eher gelernt, Konflikte durch Worte zu lösen, durch Intellektualität, dadurch, dass ich schlauer bin als der andere und ich war auch oft schlauer als der andere. Und es ist auch nicht schlecht, auf diese Art und Weise Konflikte lösen zu können. Was ich aber gemerkt habe, was mir immer gefehlt hat, und das ist auch ein Riesenproblem im Umgang mit Frauen, ist die Fähigkeit, Konflikte auch als Konflikt zu lösen, also wirklich auch Grenzen aufzuzeigen und notfalls diese Grenzen auch körperlich zu verteidigen, wenn es denn sein muss. Und ich glaube, Männern, denen die Bereitschaft fehlt, das durchzusetzen oder das umzusetzen, fehlt so ein gewisser Biss, so das gewisse Etwas, wo die Frau sagt, das ist das, was den Mann als Mann ausmacht. Du kennst vielleicht diesen Satz so, ja, es gibt keine echten Männer mehr oder man will einen echten Mann. Und ein echten Mann zeichnet eben auch ein bisschen aus, dass er bereit ist, seine eigenen Grenzen zu ziehen und seine eigenen Grenzen auch zu verteidigen, gegenüber von Frauen, gegenüber von anderen Männern. Das heißt, dass dein Umgang mit Frauen nicht unbedingt nur diskutieren sein muss und happy, deppy und fröhlich, sondern dass du gerade auch im Umgang mit Frauen deine Grenzen ziehen solltest und auch verteidigen solltest, wenn sie denn angegriffen werden. Dazu gehört natürlich zuallererst einmal zu wissen, was denn die eigenen Grenzen sind und das findest du am besten im Umgang mit der Welt heraus. Also im Umgang mit der Welt bedeutet einfach, dass du dich in die Welt begibst, dass du Dinge in der Welt machst, dass du zum Beispiel nicht dich vor den PC oder vor den Fernseher flüchtest und dich dort ablenkst, sondern dass du dich mit der Welt auseinandersetzt und dann lernst du erstmal, was deine Grenzen sind, die du dann im Nachhinein dann auch verteidigen möchtest und wo du für einstehen willst. Es geht auch um einen gesunden Umgang mit Aggression. Es ist ja so, dass in der heutigen Gesellschaft Aggressionen oft als negativ dargestellt werden. Ah, Aggressionen sind schlecht und das ist alles nicht gut, das ist alles was Negatives. Aber Aggressionen sind halt eben nicht nur negativ, sondern sorgen auch einfach dafür, dich gegen andere Dinge zu verteidigen, dich nach außen hin abzugrenzen. Und das hat auch was mit Persönlichkeit und Identität zu tun. Und deswegen geht es darum, eine gesündere Einstellung zum Thema Aggressionen auch zu bekommen. Zu gucken, hey, wo kann ich meine Aggressionen denn ausleben oder wo kann ich dieses Wettkampfmäßige, was oft unter Männern gerade in früheren Völkern der Fall war, wo kann ich das ausleben? Ja, ob das jetzt beim Fußballverein ist, wo du dann mit deinem Team gegen ein anderes Team kämpfst, da haben wir wieder diese Grenzenbildung, mein Team gegen das andere Team. Oder ob es bei irgendwas anderem ist, bei Kampfsport zum Beispiel, bei irgendetwas, wo du dich körperlich oder geistig, vor allem auch körperlich, gegen andere Männer behaupten kannst. Und wenn du merkst, dass bis jetzt solche Aspekte in deinem Leben nicht so relevant sind, solltest du mal darüber nachdenken, mehr von diesen Dingen einzubauen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist sehr, ich sage mal, weich gewaschen. Ja, der lässt sein Leben viel von anderen Leuten bestimmen. Der ist meistens so derjenige, der so ein bisschen am unteren Ende der Leihungskette steht, sage ich mal so. Und was bei ihm der Fall ist, er drückt halt nie aus, wenn irgendwas ihn stört oder wenn er irgendwie Aggressionen hat. Er drückt das einfach nicht aus. Und dann, wenn wir mit ihm manchmal unterwegs sind und wir trinken ein bisschen Alkohol, dann wird er meistens sehr, sehr aggressiv, einfach weil er im nüchternen Zustand diese ganzen Aggressionen in sich hineinfrisst und die nicht ausdrückt. Und so kommt das dann wieder heraus. Also, wenn du Probleme mit Frauen hast, dann ist es wahrscheinlich, dass du irgendwo eine schlechte Verbindung zu deiner eigenen Männlichkeit, zu deinen eigenen Aggressionen hast, zu deiner eigenen Fähigkeit, klar Nein sagen zu können und klare Grenzen ziehen zu können und die auch notfalls körperlich zu verteidigen gegen Außenstehende. Ja, und deswegen kann ich dir nur empfehlen, dich mal in diese Richtung zu begeben. Ich selbst habe überlegt, ob ich die Grundausbildung bei der Armee mache, die so ein paar Monate geht, weil ich zum Jahrgang gehöre, der nicht freiwilligen Wehrdienst, nee, war ja dann auch nicht freiwilligen Wehrdienst, der nicht Wehrdienst machen musste und ich mir teilweise denke, dass man da einige Dinge lernt, die super interessant sind. Also auch ich bin immer wieder auf der Suche und halte immer wieder Ausschau nach Möglichkeiten, dieses Mannsein, dieses Mann-in-einer-Gruppe-Sein irgendwie in mein Leben integrieren zu können. Dazu könnte ich dir auch unbedingt das Buch empfehlen, von dem ich eben geredet habe, The Way of Man von Jack Donovan. Das ist ein sehr, sehr cooles Buch, was ich jetzt gerade noch am zu Ende hören bin und was, ja, einfach sehr, es hat sehr mit mir resoniert. Also ich habe es gehört und dachte mir so, okay, ja, das, damit kann ich mich irgendwie identifizieren, so mit den Problematiken, von denen er da redet. Also, wenn du Probleme mit Frauen hast, dann check einfach mal, hey, wie ist denn meine Einstellung zum Thema Aggression, zum Thema Gewalt, zum Thema Grenzen setzen, Grenzen klar ziehen und die auch verteidigen. Ja, wie sieht es da bei mir aus? Mache ich das? Ist es etwas, was ich nicht mache? Bin ich da einfach eher so der nette Typ, der lieber alles fair und ganz diplomatisch klären möchte? Oder bin ich auch bereit, mal harte Worte zu wählen und auch mal ganz klar zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und diese Fähigkeit solltest du dir aneignen, wenn du sie bis jetzt noch nicht hast, denn das Leben oder andere Leute werden dich immer wieder auf deine Grenzen testen, ja. Egal wie diplomatisch und diskutier, gesellschaftlich die Kultur ist, in der wir gerade leben. Es wird immer wieder Herausforderungen geben. Du wirst immer wieder herausgefordert, deine Grenzen werden immer wieder getestet werden von anderen Menschen. Und wenn du nicht bereit bist, die zu verteidigen, dann werden deine Grenzen eingerissen und dann wirst du mit den Konsequenzen halt leben müssen. Deswegen mach dich einfach bereit, dich im Notfall auch verteidigen zu können, körperlich, ja, durch Worte, auf alle möglichen Art und Weisen wirklich klar zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, hier ist eine Grenze für mich erreicht. Und dann wirst du auch feststellen, dass dein Umgang mit Frauen besser wird, weil Frauen dich dann auch mehr männlich wahrnehmen. Frauen haben dann auch das Gefühl, okay, das ist jemand, auf den ich mich zur Not verlassen könnte, denn der steht für seine Überzeugung ein, der steht für seine Grenzen ein und der lässt sich nicht von anderen Leuten automatisch unterkriegen oder zieht den Schwanz ein, wenn es darauf ankommt. Schön, dass du hier warst am Donnerstag. Ich hoffe, du bist am Samstag auch wieder dabei. Schreib mir gerne deine Gedanken zu diesem Video in die Kommentare. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ihr mir was schreibt. Finde ich cool. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Ich freue mich schon. Bis dahin. Ciao.